Kapitel 1 von Klein Zaches, genannt Zinnober, von E.T.A. Hoffmann Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Klein Zaches, genannt Zinnober Erstes Kapitel, der kleine Wechselbalk, dringende Gefahr einer Pfarrersnase, wie Fürst Pafnutius in seinem Lande die Aufklärung einführte und die Fee Rosa Belverde in ein Fräuleinstift kam. Unfern eines anmutigen Dorfes, hart am Wege, lag auf dem von der Sonnenglut erhitzten Boden hingestreckt ein armes, zerlumptes Bauerweib. Vom Hunger gequält, verdurstlechzend, ganz verschmachtet, war die Unglückliche unter der Last des im Korbe hoch aufgetürmten, dürren Holzes, das sie im Walde unter den Bäumen und Sträuchern mühsam aufgelesen, niedergesunken. Und da sie kaum zu atmen vermochte, glaubte sie nicht anders, als daß sie nun wohl sterben, so sich aber ihr trostloses Elend auf einmal enden werde. Doch gewann sie bald so viel Kraft, die Stricke, womit sie den Holzkorb auf ihrem Rücken befestigt, loszunesteln und sich langsam heraufzuschieben auf einen Grasfleck, der gerade in der Nähe stand. Da brach sie nun aus in laute Klagen. »Muss«, jammerte sie, »muss mich und meinen armen Mann allein denn alle Not und alles Elend treffen? Sind wir denn nicht im ganzen Dorfe die Einzigen, die aller Arbeit, alles sauer vergossenen Schweißes ungeachtet in steter Armut bleiben und kaum so viel erwerben, um unseren Hunger zu stillen? Vor drei Jahren, als mein Mann beim Umgraben unseres Gartens die Goldstücke in der Erde fand, ja, da glaubten wir, das Glück sei endlich eingekehrt bei uns, und nun kämen die guten Tage. Aber was geschah? Diebe stahlen das Geld, Haus und Scheune brannten uns über dem Kopfe weg, das Getreide auf dem Acker zerschlug der Hagel, und um das Maß unseres Herzeleids vollzumachen bis über den Rand, strafte uns der Himmel noch mit diesem kleinen Wechselbalk, den ich zu Schande und Spott des ganzen Dorfs gebar. Zu St. Laurentstag ist nun der Junge dritte Halbjahr gewesen und kann auf seinen Spinnenbeinchen nicht stehen, nicht gehen und knurrt und miaut, statt zu reden, wie eine Katze. Und dabei frisst die unselige Missgeburt wie der stärkste Knabe von wenigstens acht Jahren, ohne dass es ihm im Mindesten was anschlägt. Gott erbarme sich über ihn und über uns, daß wir den Jungen großfüttern müssen, uns selbst zur Qual und größerer Not. Denn Essen und Trinken immer mehr und mehr wird der kleine Däumling wohl, aber Arbeiten seinen Lebetage nicht. Nein, nein, das ist mehr, als ein Mensch aushalten kann auf dieser Erde. Ach, könnte ich nur sterben, nur sterben! Und damit fing die Arme an zu weinen und zu schluchzen, bis sie endlich vom Schmerz übermannt ganz entkräftet einschlief. Mit Recht konnte das Weib über den abscheulichen Wechselbalk klagen, den sie vor dritte Halbjahren geboren. Das, was man auf den ersten Blick sehr gut für ein seltsam verknorpeltes Stückchen Holz hätte ansehen können, war nämlich ein kaum zwei Spannen hoher, mißgestalteter Junge, der von dem Korbe, wo er quer übergelegen, heruntergekrochen, sich jetzt knurrend im Gras wälzte. Der Kopf stak dem Dinge tief zwischen den Schultern, die Stelle des Rückens vertrat ein kürbisähnlicher Auswuchs, und gleich unter der Brust hingen die haselgerbdünnen Beinchen herab, so daß der Junge aussah wie ein gespalteter Rettich. Vom Gesicht konnte ein stumpfes Auge nicht viel entdecken. Schärfer hinblickend wurde man aber wohl die lange spitze Nase, die aus den schwarzen, struppigen Haaren hervorstarrte, und ein paar kleine, schwarzfunkelnde Euklein gewahr, die, zumal bei den übrigens ganz alten, eingefurchten Zügen des Gesichts, ein Kleinall Räunchen kund zu tun schienen. Als nun, wie gesagt, das Weib über ihren Gram in tiefen Schlaf gesunken war und ihr Söhnlein sich dicht an sie herangewälzt hatte, begab es sich, daß das Fräulein von Rosenschön, Dame des nahegelegenen Stifts, von einem Spaziergange heimkehrend des Weges daherwandelte. Sie blieb stehen und wurde, da sie von Natur fromm und mitleidig, bei dem Anblick des Elends, der sich ihr darbot, sehr gerührt. Oh, du gerechter Himmel, fing sie an, wie viel Jammer und Not gibt es doch auf dieser Erde, das arme, unglückliche Weib. Ich weiß, daß sie kaum das liebe Leben hat, da arbeitet sie über ihre Kräfte und ist vor Hunger und Kummer hingesunken. Wie fühle ich jetzt erst recht empfindlich meine Armut und Ohnmacht? Ach, könnte ich doch nur helfen, wie ich wollte, doch das, was mir noch übrig blieb, die wenigen Gaben, die das feindselige Verhängnis mir nicht zu rauben, nicht zu zerstören vermochte, die mir noch zu Gebote stehen, die will ich kräftig und getreu nützen, um dem Leidwesen zu steuern. Geld hätte ich auch darüber zu gebieten, würde dir gar nichts helfen, arme Frau, sondern deinen Zustand vielleicht noch gar verschlimmern. Dir und deinem Mann, euch beiden ist nun einmal Reichtum nicht beschert, und wem Reichtum nicht beschert ist, dem verschwinden die Goldstücke aus der Tasche, er weiß selbst nicht wie, er hat davon nichts als großen Verdruss und wird, je mehr Geld ihm zuströmt, nur desto ärmer. Aber ich weiß es, mehr als alle Armut, als alle Not, nagt an deinem Herzen, daß du jenes kleine Untierchen gebarst, daß sich wie eine böse, unheimliche Last an dich hängt, die du durch das Leben tragen mußt. Groß, schön, stark, verständig, ja, das alles kann der Junge nun einmal nicht werden, aber es ist ihm vielleicht noch auf andere Weise zu helfen. Damit setzte sich das Fräulein nieder ins Gras und nahm den Kleinen auf den Schoß. Das böse Allräunchen sträubte und spreizte sich, knurrte und wollte das Fräulein in den Finger beißen, die sprach aber, »Ruhig, ruhig, kleiner Maikäfer!« und strich leise und linde mit der flachen Hand ihm über den Kopf von der Stirn herüber bis in den Nacken. Allmählich glättete sich während des Streichelns das struppige Haar des Kleinen aus, bis es gescheitelt, an der Stirne fest anliegend, in hübschen, weichen Locken hinabwallte auf die hohen Schultern und den Kürbisrücken. Der Kleine war immer ruhiger geworden und endlich fest eingeschlafen. Da legte ihn das Fräulein Rosenschön behutsam dicht neben der Mutter hin ins Gras, besprengte diese mit einem geistigen Wasser aus dem Riechfläschchen, das sie aus der Tasche gezogen, und entfernte sich dann schnellen Schrittes. Als die Frau bald darauf erwachte, fühlte sie sich auf wunderbare Weise erquickt und gestärkt. Es war ihr, als habe sie eine tüchtige Mahlzeit gehalten und einen guten Schluck Wein getrunken. »Ei!« rief sie aus, »wie ist mir doch in dem bisschen Schlaf so viel Trost, so viel Munterkeit gekommen!« »Aber die Sonne ist schon bald herab hinter den Bergen, nun fort nach Hause.« Damit wollte sie den Korb aufpacken, vermißte aber, als sie hineinsah, den Kleinen, der in demselben Augenblick sich aus dem Grase aufrichtete und weinerlich quäkte. Als nun die Mutter sich nach ihm umschaute, schlug sie vor Erstaunen die Hände zusammen und rief, »Zaches, Klein-Zaches, wer hat dir denn unterdessen die Haare so schön gekämmt?« »Zaches, Klein-Zaches, wie hübsch würden dir die Locken kleiden, wenn du nicht solch ein abscheulich garstiger Junge wärst!« »Nun komm nur, komm, hinein in den Korb!« Sie wollte ihn fassen und quer über das Holz legen, da strampelte aber Klein-Zaches mit den Beinen, grinste die Mutter an und miaute sehr vernehmlich, »Ich mag nicht!« »Zaches, Klein-Zaches!« schrie die Mutter ganz außer sich, »wer hat dich denn unterdessen Reden gelehrt?« »Nun, wenn du solch schön gekämmte Haare hast, wenn du so artig redest, so wirst du auch wohl laufen können!« Die Frau huckte den Korb auf den Rücken, Klein-Zaches hing sich an ihre Schürze, und so ging es fort nach dem Dorfe. Sie mußten bei dem Pfarrhause vorüber, da begab es sich, daß der Pfarrer mit seinem jüngsten Knaben, einem bildschönen, goldlockigen Jungen von drei Jahren, in seiner Haustüre stand. Als der nun, die Frau mit dem schweren Holzkorbe und mit Klein-Zaches, der an ihrer Schürze baumelte, daherkommen sah, rief er ihr entgegen, »Guten Abend, Frau Liese, wie geht es euch? Ihr habt ja eine gar zu schwere Bürde geladen, ihr könnt ja kaum mehr fort. Kommt her, ruht euch ein wenig aus auf dieser Bank vor meiner Türe. Meine Magd soll euch einen frischen Trunk reichen.« Frau Liese ließ sich das nicht zweimal sagen. Sie setzte ihren Korb ab und wollte eben den Mund öffnen, um dem ehrwürdigen Herrn all ihren Jammer, ihre Not zu klagen. Als Klein-Zaches bei der raschen Wendung der Mutter das Gleichgewicht verlor und dem Pfarrer vor die Füße flog. Der bückte sich rasch nieder und hob den Kleinen auf, indem er sprach, »Ei, Frau Liese, Frau Liese, was habt ihr da für einen Bildschönen, allerliebsten Knaben? Das ist ja ein wahrer Segen des Himmels, ein solch wunderbar schönes Kind zu besitzen.« Und damit nahm er den Kleinen in die Arme und liebkoste ihn und schien es gar nicht zu bemerken, daß der unartige Däumling gar häßlich knurrte und mauzte und den ehrwürdigen Herrn sogar in die Nase beißen wollte. Aber Frau Liese stand ganz verblüfft vor dem Geistlichen und schaute ihn an mit aufgerissenen, starren Augen und wußte gar nicht, was sie denken sollte. »Ach, lieber Herr Pfarrer!« begann sie endlich mit weinerlicher Stimme. »Ein Mann Gottes wie Sie treibt doch wohl nicht seinen Spott mit einem armen, unglücklichen Weibe, daß der Himmel, mag er selbst wissen, warum, mit diesem abscheulichen Wechselbalge gestraft hat.« »Was spricht?« erwiderte der Geistliche sehr ernst. »Was spricht sie da für tolles Zeug, liebe Frau, von Spott, Wechselbalg, Strafe des Himmels? Ich verstehe sie gar nicht und weiß nur, daß sie ganz verblendet sein muß, wenn sie ihren hübschen Knaben nicht recht herzlich liebt. »Küsse mich, artiger kleiner Mann!« Der Pfarrer herzte den Kleinen, aber Zaches knurrte »Ich mag nicht« und schnappte aufs Neue nach des Geistlichen Nase. »Seht, die arge Bestie!« rief Liese erschrocken, aber in dem Augenblick sprach der Knabe des Pfarrers »Ach, lieber Vater, du bist so gut, du tust so schön mit den Kindern, die müssen wohl alle dich recht herzlich lieb haben.« »O hört doch nur«, rief der Pfarrer, indem ihm die Augen vor Freude glänzten, »O hört doch nur, Frau Liese, den hübschen, verständigen Knaben, euren lieben Zaches, den ihr so übel wollt!« »Ich merk es schon, ihr werdet euch nimmermehr was aus dem Knaben machen, sei er auch noch so hübsch und verständig.« »Hört, Frau Liese, überlaßt mir euer hoffnungsvolles Kind zur Pflege und Erziehung. Bei eurer drückenden Armut ist euch der Knabe nur eine Last, und mir macht es Freude, ihn zu erziehen wie meinen eigenen Sohn.« Liese konnte vor Erstaunen gar nicht zu sich selbst kommen. Einmal über das andere rief sie, »Aber, lieber Herr Pfarrer, lieber Herr Pfarrer, ist denn das wirklich ihr Ernst, daß Sie die kleine Ungestalt zu sich nehmen und erziehen und mich von der Not befreien wollen, die ich mit dem Wechselbalk habe?« Doch je mehr die Frau die abscheuliche Häßlichkeit ihres Allräunchens dem Pfarrer vorhielt, desto eifriger behauptete dieser, daß sie in ihrer tollen Verblendung gar nicht verdiene, vom Himmel mit dem herrlichen Geschenk eines solchen Wunderknaben gesegnet zu sein, bis er zuletzt ganz zornig mit Kleinzaches auf dem Arm hineinlief in das Haus und die Türe von innen verriegelte. Da stand nun Frau Liese wie versteinert vor des Pfarrers Haustüre und wußte gar nicht, was sie von dem allem denken sollte. »Was um aller Welt willen«, sprach sie zu sich selbst, »ist denn mit unserem würdigen Herrn Pfarrer geschehen, daß er in meinen Kleinzaches so ganz und gar vernarrt ist und den einfältigen Knirps für einen hübschen, verständigen Knaben hält?« »Nun helfe Gott dem lieben Herrn, er hat mir die Last von den Schultern genommen und sie sich selbst aufgeladen, mag er nun zusehen, wie er sie trägt.« »Hei, wie leicht geworden ist nun der Holzkorb, da Kleinzaches nicht mehr darauf sitzt und mit ihm die schwerste Sorge!« Damit schritt Frau Liese den Holzkorb auf dem Rücken lustig und guter Dinge fort ihres Weges. »Wollte ich auch zur Zeit noch gänzlich darüber schweigen, du würdest, günstiger Leser, dennoch wohl ahnen, daß es mit dem Stiftsfräulein von Rosenschön oder, wie sie sich sonst nannte, Rosengrünschön eine ganz besondere Bewandtnis haben müsse. Denn nichts anderes war es wohl, als die geheimnisvolle Wirkung ihres Kopfstreichelns und Haarausglättens das Kleinzaches von dem gutmütigen Pfarrer für ein schönes und kluges Kind angesehen und gleich wie sein eigenes aufgenommen wurde. Du könntest, lieber Leser, aber doch, trotz deines vortrefflichen Scharfsinns, in falsche Vermutungen geraten oder gar zum großen Nachteil der Geschichte viele Blätter überschlagen, um nur gleich mehr von dem mystischen Stiftsfräulein zu erfahren. Besser ist es daher wohl, ich erzähle dir gleich alles, was ich selbst von der würdigen Dame weiß. Fräulein von Rosenschön war von großer Gestalt, edlem, majestätischem Wuchs und etwas stolzem gebietendem Wesen. Ihr Gesicht, mußte man es gleich vollendet schön nennen, machte, zumal, wenn sie wie gewöhnlich in starrem Ernst vor sich hinschaute, einen seltsamen, beinahe unheimlichen Eindruck, was vorzüglich einem ganz besonderen fremden Zuge zwischen den Augenbrauen zuzuschreiben, von dem man durchaus nicht recht wußte, ob ein Stiftsfräulein dergleichen wirklich auf der Stirne tragen könne. Dabei lag aber auch oft vorzüglich zur Rosenzeit bei heiterm schönen Wetter so viel Huld und Anmut in ihrem Blick, daß jeder sich von süßem, unwiderstehlichen Zauber befangen fühlte. Als ich, die gnädige, zum ersten und letzten Mal zu schauen das Vergnügen hatte, war sie dem Ansehen nach eine Frau in der höchsten, vollendetsten Blüte ihrer Jahre, auf der höchsten Spitze des Wendepunktes und ich meinte, daß mir großes Glück beschieden, die Dame noch eben auf dieser Spitze zu erblicken und über ihre wunderbare Schönheit gewissermaßen zu erschrecken, welches sich dann sehr bald nicht mehr würde zutragen können. Ich war im Irrtum. Die ältesten Leute im Dorfe versicherten, daß sie das gnädige Fräulein gekannt hätten schon so lange, als sie dächten und daß die Dame niemals anders ausgesehen habe, nicht älter, nicht jünger, nicht häßlicher, nicht hübscher als eben jetzt. Die Zeit schien also keine Macht zu haben über sie und schon dieses konnte manchem verwunderlich vorkommen. Aber noch manches andere trat hinzu, worüber sich jeder, überlegte er es recht ernstlich, ebenso sehr wundern, ja zuletzt aus der Verwunderung, in die er verstrickt gar nicht herauskommen mußte. Fürs Erste offenbarte sich ganz deutlich bei dem Fräulein die Verwandtschaft mit den Blumen, deren Namen sie trug. Denn nicht allein, daß kein Mensch auf Erden solche herrliche tausend blättrige Rosen zu ziehen vermochte, als sie, so sprießten auch aus dem schlechtesten, dürrsten Dorn, den sie in die Erde steckte, jene Blumen in der höchsten Fülle und Pracht hervor. Dann war es gewiß, daß sie auf einsamen Spaziergängen im Walde laute Gespräche führte mit wunderbaren Stimmen, die aus den Bäumen, aus den Büschen, aus den Quellen und Bächen zu tönen schienen. Ja, ein junger Jägersmann hatte sie belauscht, wie sie einmal mitten im dicksten Gehölz stand und seltsame Vögel mit buntem, glänzenden Gefieder, die gar nicht im Lande heimisch sie umflatterten und liebkosten und in lustigem Singen und Zwitschern ihr allerlei fröhliche Dinge zu erzählen schienen, worüber sie lachte und sich freute. Daher kam es denn auch, daß Fräulein von Rosenschön zu jener Zeit, als sie in das Stift gekommen, bald die Aufmerksamkeit aller Leute in der Gegend anregte. Ihre Aufnahme in das Fräuleinstift hatte der Fürst befohlen. Der Baron, prätextatus von Mondschein, Besitzer des Gutes, in dessen Nähe jenes Stift lag, dem er als Verweser vorstand, konnte daher nichts dagegen einwenden, ungeachtet ihn die entsetzlichsten Zweifel quälten. Vergebens war nämlich sein Mühen geblieben, in Rixners Turnierbuch und anderen Chroniken die Familie Rosengrün schön aufzufinden. Mit Recht zweifelte er aus diesem Grunde an der Stiftsfähigkeit des Fräuleins, die keinen Stammbaum mit 32 Ahnen aufzuweisen hatte und bat sie zuletzt ganz zerknirscht, die hellen Tränen in den Augen, doch sich um des Himmels willen wenigstens nicht Rosengrün schön, sondern Rosenschön zu nennen, denn in diesem Namen sei doch noch einiger Verstand und ein Ahnherr möglich. Sie tat ihm das zugefallen. Vielleicht äußerte sich des gekränkten Prätextatus Groll gegen das ahnenlose Fräulein auf diese, jene Weise und gab zuerst Anlaß zu der bösen Nachrede, die sich immer mehr und mehr im Dorfe verbreitete. Zu jenen zauberhaften Unterhaltungen im Walde, die indessen sonst nichts auf sich hatten, kamen nämlich allerlei bedenkliche Umstände, die von Mund zu Mund gingen und des Fräuleins eigentliches Wesen in gar zweideutiges Licht stellten. Mutter Anne, des Schulzen Frau, behauptete keck, daß, wenn das Fräulein stark zum Fenster herausnieße, allemal die Milch im ganzen Dorf sauer würde. Kaum hatte sich dies aber bestätigt, als sich das Schreckliche begab. Schulmeisters Michel hatte in der Stiftsküche gebratene Kartoffeln genascht und war von dem Fräulein darüber betroffen worden, die ihm lächelnd mit dem Finger drohte. Da war dem Jungen das Maul offen stehen geblieben, grad als hätt er eine gebratene, brennende Kartoffel darin sitzen, immer da, und er mußte fortan einen Hut mit vorstehender breiter Krempe tragen, weil es sonst dem Armen ins Maul geregnet hätte. Bald schien es gewiß zu sein, daß das Fräulein sich darauf verstand, Feuer und Wasser zu besprechen, Sturm und Hagelwolken zusammenzutreiben, Weichselzöpfe zu flechten, etc., und niemand zweifelte an der Aussage des Schafhirten, der zur Mitternachtsstunde mit Schauer und Entsetzen gesehen haben wollte, wie das Fräulein auf einem Besen brausend durch die Lüfte fuhr, vor ihr her ein ungeheurer Hirschkäfer, zwischen dessen Hörnern blaue Flammen hoch aufleuchteten. Nun kam alles in Aufruhe, man wollte der Hexe zu Leibe, und die Dorfgerichte beschlossen nichts Geringeres, als das Fräulein aus dem Stift zu holen und sie ins Wasser zu werfen, damit sie die gewöhnliche Hexenprobe bestehe. Der Baron Prätextatus ließ alles geschehen und sprach lächernd zu sich selbst, so geht es simplen Leuten ohne Ahnen, die nicht von solch altem guten Herkommen sind wie der Mondschein. Das Fräulein, unterrichtet von dem bedrohlichen Unwesen, flüchtete nach der Residenz, und bald darauf erhielt der Baron Prätextatus einen Kabinettsbefehl vom Fürsten des Landes, mittels dessen ihm bekannt gemacht, daß es keine Hexen gäbe, und befohlen wurde, die Dorfgerichte für die naseweise Gier, Schwimmkünste eines Stiftsfräuleins zu schauen, in den Turm werfen, den übrigen Bauern und ihren Weibern aber andeuten zu lassen, bei empfindlicher Leibesstrafe von dem Fräulein Rosenschön nicht schlecht zu denken. Sie gingen in sich, fürchteten sich vor der angedrohten Strafe und dachten fortan gut von dem Fräulein, welches für beide, für das Dorf und für die Dame Rosenschön die ersprießlichsten Folgen hatte. In dem Kabinett des Fürsten wußte man recht gut, daß das Fräulein von Rosenschön niemand anders war, als die sonst berühmte, weltbekannte Fee Rosabel Werde. Es hatte mit der Sache folgende Bewandtnis. Auf der ganzen weiten Erde war wohl sonst kaum ein anmutigeres Land zu finden, als das kleine Fürstentum, worin das Gut des Baron-Prätextatus von Mondschein lag, worin das Fräulein von Rosenschön hauste, kurz, worin sich das alles begab, was ich dir, geliebter Leser, des Breiteren zu erzählen ihm im Begriff stehe. Von einem hohen Gebirge umschlossen, glich das Ländchen mit seinen grünen, duftenden Wäldern, mit seinen blumigen Auen, mit seinen rauschenden Strömen und lustig plätschernden Springquellen, zumal es gar keine Städte, sondern nur freundliche Dörfer und hin und wieder einzeln stehende Paläste darin gab, einem wunderbar herrlichen Garten, in dem die Bewohner wie zu ihrer Lust wandelten, frei von jeder drückenden Bürde des Lebens. Jeder wußte, daß Fürst Demetrius das Land beherrschte. Niemand merkte indessen das Mindeste von der Regierung und alle waren damit gar wohl zufrieden. Personen, die die volle Freiheit in all ihrem Beginnen, eine schöne Gegend, ein mildes Klima liebten, konnten ihren Aufenthalt gar nicht besser wählen als in dem Fürstentum, und so geschah es denn, daß unter andern auch verschiedene vortreffliche Feen von der guten Art, denen Wärme und Freiheit bekanntlich über alles geht, sich dort angesiedelt hatten. Ihnen mocht es zuzuschreiben sein, daß sich beinahe in jedem Dorfe, vorzüglich aber in den Wäldern, sehr oft die angenehmsten Wunder begaben, und daß jeder von dem Entzücken, von der Wonne dieser Wundergans umflossen, völlig an das Wunderbare glaubte, und, ohne es selbst zu wissen, eben deshalb ein froher, mithin guter Staatsbürger blieb. Die guten Feen, die sich in freier Willkür ganz dschenistanisch eingerichtet, hätten dem vortrefflichen Demetrius gern ein ewiges Leben bereitet. Das stand indessen nicht in ihrer Macht. Demetrius starb, und ihm folgte der junge Pavnutius in der Regierung. Pavnutius hatte schon zu Lebzeiten seines Herrn Vaters einen stillen innerlichen Gram darüber genährt, daß Volk und Staat nach seiner Meinung auf die heilloseste Weise vernachlässigt, verwahrlost wurde. Er beschloss zu regieren und er nannte sofort seinen Kammerdiener Andres, der ihm einmal, als er im Wirtshause hinter den Bergen seine Börse liegen lassen, sechs Dukaten geborgt und ihn dadurch aus großer Not gerissen hatte, zum ersten Minister des Reichs. Ich will regieren, mein Guter, rief ihm Pavnutius zu. Andres las in den Blicken seines Herrn, was in ihm vorging, warf sich ihm zu Füßen und sprach feierlich, Sire, die große Stunde hat geschlagen, durch sie steigt schimmernd ein Reich aus nächtigem Chaos empor. Sire, hier fleht der treueste Vasall, tausend Stimmen des armen unglücklichen Volks in Brust und Kehle. Sire, führen Sie die Aufklärung ein. Pavnutius fühlte sich durch und durch erschüttert von dem erhabenen Gedanken seines Ministers. Er hob ihn auf, riß ihn stürmisch an seine Brust und sprach schluchzend »Minister, Andres, ich bin dir sechs Dukaten schuldig, noch mehr, mein Glück, mein Reich, o treuer gescheiter Diener!« Pavnutius wollte sofort ein Edikt mit großen Buchstaben drucken und an allen Ecken anschlagen lassen, daß von Stund an die Aufklärung eingeführt sei und ein jeder sich danach zu achten habe. »Bestasir!« rief indessen Andres, »Bestasir!« »So geht es nicht!« »Wie geht es denn, mein Guter?« sprach Pavnutius, nahm seinen Minister beim Knopfloch und zog ihn hinein in das Kabinett, dessen Türe auf einem kleinen Taburett Platz genommen. Sehen Sie, gnädigster Herr, die Wirkung Ihres fürstlichen Edikts wegen der Aufklärung würde vielleicht verstört werden auf häßliche Weise, wenn wir nicht damit eine Maßregel verbinden, die zwar hart scheint, die indessen die Klugheit gebietet. Ehe wir mit der Aufklärung vorschreiten, d.h. ehe wir die Wälder umhauen, den Strom schiffbar machen, Kartoffeln anbauen, die Dorfschulen verbessern, Akazien und Pappeln anpflanzen, die Jugend ihr Morgen- und Abendlied zweistimmig absingen, Chausseen anliegen und die Kuhpocken einimpfen lassen, ist es nötig, alle Leute von gefährlichen Gesinnungen, die keiner Vernunft Gehör geben und das Volk durch laute Albernheiten verführen, aus dem Staat zu verbangen. Sie haben Tausend und eine Nacht gelesen, bester Fürst, denn ich weiß, daß Ihr durchlauchtig seliger Herr Papa, dem der Himmel eine sanfte Ruhe im Grabe schenken möge, dergleichen fatale Bücher liebte und ihnen, als sie sich noch der Stecken Pferde bedienten und vergoldete Pfefferkuchen verzehrten, in die Hände gab. Nun also, aus jenem völlig konfusen Buche werden Sie, gnädigster Herr, wohl die sogenannten Feen kennen, gewiß aber nicht ahnen, daß sich verschiedene von diesen gefährlichen Personen in ihrem eigenen lieben Lande hier ganz in der Nähe ihres Palastes angesiedelt haben und allerlei Unfug treiben. Wie, was sagt er, Andres, Minister, Feen, hier in meinem Lande? So rief der Fürst, indem er ganz erblasst in die Stuhllehne zurück sang. Ruhig, mein gnädigster Herr, fuhr Andres fort, ruhig können wir bleiben, sobald wir mit Klugheit gegen jene Feinde der Aufklärung zu Felde ziehen. Ja, Feinde der Aufklärung nenne ich sie, denn nur sie sind, die Güte ihres seligen Herrn Papas mißbrauchend, daran schuld, daß der liebe Staat noch in gänzlicher Finsternis darniederliegt. Sie treiben ein gefährliches Gewerbe mit dem Wunderbaren und scheuen sich nicht, unter dem Namen Poesie ein heimliches Gift zu verbreiten, das die Leute ganz unfähig macht zum Dienste in der Aufklärung. Dann haben sie solche unleidliche polizeiwidrige Gewohnheiten, daß sie schon deshalb in keinem kultivierten Staate geduldet werden dürften. So zum Beispiel entblöden sich die Frechen nicht, so wie es ihnen einfällt, in den Lüften spazieren zu fahren mit vorgespannten Tauben, Schwänen, ja sogar geflügelten Pferden. Nun frage ich aber, gnädigster Herr, verlohnt es sich der Mühe, einen gescheiten Akzise-Tarif zu entwerfen und einzuführen, wenn es Leute im Staate gibt, die im Stande sind, jedem leichtsinnigen Bürger unversteuerte Waren in den Schornstein zu werfen, wie sie nur wollen. Darum, gnädigster Herr, so wie die Aufklärung angekündigt wird, fort mit den Feen. Ihre Paläste werden umzingelt von der Polizei, Fährliche Habe und schafft sie als Vagabonden fort nach ihrem Vaterlande, welches, wie sie, gnädigster Herr, aus Tausend und einer Nacht wissen werden, das Ländchen Dschinnistan ist. Gehen Posten nach diesem Lande, Andres? So fragte der Fürst. Zurzeit nicht, erwiderte Andres, aber vielleicht läßt sich nach eingeführter Aufklärung eine Journaliere dorthin mit Nutzen einrichten. Aber Andres fuhr der Fürst fort, wird man unser Verfahren gegen die Feen nicht hart finden? Wird das verwöhnte Volk nicht murren? Auch dafür, sprach Andres, auch dafür weiß ich ein Mittel. Nicht alle Feen, gnädigster Herr, wollen wir fortschicken nach Dschinnistan, sondern einige im Lande behalten, sie aber nicht allein aller Mittel berauben, der Aufklärung schädlich zu werden, sondern auch zweckdienliche Mittel anwenden, sie zu nützlichen Mitgliedern des aufgeklärten Staates umzuschaffen. Wollen sie sich nicht auf solide Heiraten einlassen, so mögen sie unter strenge Aufsicht irgendein nützliches Geschäft treiben, Socken stricken für die Armee, wenn es Krieg gibt, oder sonst. Geben sie Acht, gnädigster Herr, die Leute werden sehr bald an die Feen, wenn sie unter ihnen wandeln, gar nicht mehr glauben, und das ist das Beste. So gibt sich alles etwaige Murren von selbst. Was übrigens die Utensilien der Feen betrifft, so fallen sie der fürstlichen Schatzkammer heim, die Tauben und Schwäne werden als köstliche Braten in die fürstliche Küche geliefert, mit den geflügelten Pferden kann man aber auch Versuche machen, sie zu kultivieren und zu bilden zu nützlichen Bestchen, indem man ihnen führen werden. Pafnutius war mit allen Vorschlägen seines Ministers auf das Höchste zufrieden und schon andern Tages wurde ausgeführt, was beschlossen war. An allen Ecken prangte das Edikt wegen der eingeführten Aufklärung und zu gleicher Zeit brach die Polizei in die Paläste der Feen, nahm ihr ganzes Eigentum in Beschlag und führte sie gefangen fort. Mag der Himmel wissen, wie es einzige von allen war, die wenige Stunden vorher, ehe die Aufklärung hereinbrach, Wind davon bekam und die Zeit nutzte, ihre Schwäne in Freiheit zu setzen, ihre magischen Rosenstücke und andere Kostbarkeiten beiseite zu schaffen. Sie wußte nämlich auch, daß sie dazu erkoren war, im Lande zu bleiben, worin sie sich, wie wohl mit großem Widerwillen fügte. Überhaupt konnten es weder warum die Feen, die nach Dschinnistan transportiert wurden, eine solche übertriebene Freude äußerten und einmal über das andere versicherten, daß ihnen an alle Habe, die sie zurücklassen müßten, nicht das Mindeste gelegen. Am Ende, sprach Pavnutius entrüstet, am Ende ist Dschinnistan ein viel hübscherer Staat wie der meinige und sie lachen mich aus mit samt meinem Edikt und meiner Aufklärung, die jetzt erst recht gedeihen soll. Der Geograf sollte mit dem Historiker des Reichs über das Land umständlich berichten. Beide stimmten darin überein, daß Dschinnistan ein erbärmliches Land sei, ohne Kultur, Aufklärung, Gelehrsamkeit, Akazien und Kuhpocken, eigentlich auch gar nicht existiere. Schlimmeres könne aber einem Menschen oder einem ganzen Lande wohl nicht begegnen, als gar nicht zu existieren. Pavnutius fühlte sich beruhigt. Als der schöne blumige Hain, in dem der verlassene Palast der Fee Rosabel Verde lag, umgehauen wurde und beispielshalber Pavnutius selbst sämtlichen Bauern Lümmeln im nächsten Dorfe die Kuhpocken eingeimpft hatte, passte die Fee dem Fürsten in dem Walde auf, durch den er mit dem Minister Andres nach seinem Schloss lieb sie ihn mit allerlei Redensarten, vorzüglich aber mit einigen unheimlichen Kunststückchen, die sie vor der Polizei geborgen, dermaßen in die Enge, daß er sie um des Himmels Willen bat, doch mit einer Stelle des einzigen und daher besten Fräuleinstifts im ganzen Lande vorlieb zu nehmen, wo sie, ohne sich an das Aufklärungsedikt zu kehren, schalten und walten könne nach Belieben. Die Fee Rosabel Verde nahm den Vorschlag an und kam auf diese Weise in das Fräuleinstift, wo sie sich, wie schon erzählt worden, das Fräulein von Rosengrün schön, dann aber, auf dringendes Bitten des Baronprätextatus von Monschein, das Fräulein von Rosen schön nannte. Ende von Kapitel 1 Go und Temze haben sie alt intentions z haben Chocolate Prim